Ich bin Clarissa und ich arbeite als Personalsachbearbeitung in der Personalabteilung. Ich habe früher als Sport- und Fitnesskauffrau hier in Hamm gearbeitet, zusammen mit Sabine Matzka, mit der Mama von Christian und wollte mich dann weiterentwickeln und habe die Weiterbildung zum Personalbetriebswirt gemacht und bin dann über Sabine an Christian an die Stelle gekommen. Ich bin für alles zuständig, ab der Einstellung, also nach dem Recruiting bis zur Kündigung oder zum Austritt eines Mitarbeiters mit allen Sachen, die da anfallen, sei es Dokumente oder Mitarbeiter-Events, Benefits, für alles mögliche. Nach meiner Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau wusste ich, dass ich im Sportbereich nicht die größten Chancen habe und durch meine kaufmännische Ausbildung habe ich viel Spaß am Personalbereich entwickelt und durch die Fortbildung mich dann dazu entschieden, das zu spezialisieren. Ich würde sagen auf jeden Fall Empathie, Spaß mit der Arbeit mit Menschen auf jeden Fall. Und wenn du Lust hast, in einem coolen, jungen Team zu arbeiten, nicht stumpf nur von 8 bis 16 Uhr strikt am Arbeitsplatz zu sein, sondern auch Spaß zu haben, dann komm zu uns. 15 Uhr gesehen Centierende 21– vuel 21 Uhr 22 Uhr 20 Untertitelung des ZDF, 2020